Wir sind beim ersten Foodstyling-Workshop in Mitteleuropa, der sich an Profis richtet. Der Workshop richtet sich im Speziellen an Mitarbeiter aus der Gastronomie, beziehungsweise Leute, die in der Lebensmittelindustrie arbeiten und sich hier einfach verbessern wollen. Der ist zwar nicht dünkler, aber er ist trocken und unerzählend. Unglaublich, Tille aufs Terrorieren. Wie Diskus geht, ist immer ganz wichtig. Ich bin Entwicklungskoch, freiberuflich alles kochtätig. Im Foodstyling-Bereich ist mein Hobby und bin hier ganz einfach, um von einem wirklichen Profi die Tricks und die Kniffs gelernt zu und gezeigt zu bekommen. Ich bin Foodbloggerin und bei Foodblogs schaut man sich als erstes ein Foto an. Damit ist das Styling für mich besonders wichtig. Erst an zweiter Stelle kommt dann das Rezept, wenn das Foto wirklich überzeugt. Für mich war es total interessant, die ganzen Tricks zu sehen und ich werde mir auch in Zukunft jetzt Kochbücher und Kochzeitschriften in völlig anderen Augen anschauen können. Das, was ich sehe, heißt noch lange nicht, dass sich die Kamera auch so vorstellt. Ich als Kükenchef habe die Verantwortung, dass alle Speisen gut abfotografiert werden und darum bin ich hier in diesem Kurs, um das zu lernen. Mit dem Hans, ein Foto mit dem schnellsten und perfektesten gestandeten Papier-Zinger, das je in Wien gegeben hat. Bitte schön. Das sind die Vorbereitungsarbeiten für den Burger. Wir müssen das einarbeiten, was wir dann auch wirklich sehen wollen. Hier seht ihr den Unterschied? Seht ihr, was ich meine? Ich würde mich freuen, wenn Sie dabei sind, wenn ihr dabei seid und bei der Meisterklasse kann wirklich jeder ein Projekt von der Idee über die Planung bis zum Shooting perfekt selber durchziehen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.